Fünf, vier, drei, zwei, eins, let's go! Ein Mix aus Hamburg und Hannover macht sich da auf den Lauf ihres Lebens. Ja, Chris hat's ja vorhin schon erzählt, dass ich letztens auch in Hamburg war, aber das nicht alleine, nein, ich war zusammen mit Chris in Hamburg und Chris wollte schon immer mal wissen, was sich hinter der geheimnisvollen Herbertstraße verbirgt und hat dann mal hineingeschaut in die Herbertstraße und eine junge Dame hat ihn ganz, ganz, ganz besonders gefallen hinter so einer großen Glasscheibe und da hat er mal geklopft, wie viel? Da hat sie gesagt, 400! Da hat Chris gesagt, boah, das ist aber viel! Daraufhin hat sie gesagt, ja, das ist ja auch ein Thermoforglas.